Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir sind mit der guten Lara immer noch unterwegs hier unten, machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich vermute einfach mal, dass es hier hinten lang geht. Ich muss euch auch gestehen, dass ich, also bei mir ist ein bisschen mehr Zeit vergangen zwischen der ersten und der zweiten Episode, als es bei euch war. Von daher muss ich jetzt einmal kurz wieder klarkommen auf mein Leben bei Lara Croft. So, also lasst uns einmal schauen. Wir mussten, genau, Schlüssel, Schlüssel, da war was. Genau, 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 check. So, Silver Key, bist du richtig? Ich hoffe, jawohl. Los Lara, du schaffst es. Ich ziehe schon mal die Waffen. Ha, alles sicher. Für einen Moment zumindest. Oh. Nein, da kommen ein paar böse Pfeile raus. Und da ist ein Big Bad Wolf. It's a Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Ja, oh, noch einer. Oh, nein. Oh. Aufpassen. Lara, komm. Oh. Und den zweiten Saftsack hier auch schön einmal weggewamst. Bada, bam, bam, bam. Oh, da hinten ist noch einer. Aller guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön. Oh, oh, oh. Deswegen kommen hier auch gleich fünf. Ja, was ist denn hier los? Mein Gott. Wie könnt ihr Wölfe eigentlich hier unten überleben? Hier ist doch keiner außer mir. Tötet ihr euch selber? Oder lebt ihr von den Fledermäusen? So. Lasst uns einmal schauen, ob hier irgendwo Medikids oder ähnliches rumliegen. Wir brauchen ja ein bisschen was, was wir hier futtern können, sozusagen. Damit es uns wieder gut geht. Oh, ich glaube mit dem Springen, das geht immer ein bisschen schneller. Vielleicht, wie geil liegt denn der Wolf jetzt? Lass uns das einmal gucken. Richtig. Der liegt so wie meine Katze, wenn sie gekraut werden möchte. So auf dem Rücken und dann so. Kraul mich. Kraul mich. Kraul mich doch einfach. Naja. Also. Dann legen wir doch einmal weiter hier los. Hier hinten sieht es gefährlich aus. Zumindest sieht es aber auch schöner aus, als da hinten in diesen ekligen Höhlen. Ja gut, jetzt nicht, weil jetzt sieht es aus wie eine Bunkeranlage in Berlin. So. Ach, schön. Die Architekten, die haben sogar ein Schwimmbad gedacht. Also auf. Los. Mir fehlt ein bisschen Musik, Lara. Hast du dein iPod nicht mit? Ach, guck mal. Haha, wie passend. Und jetzt mal gucken, ob wir den Körper noch hinkriegen. Yay. Ah, ich bin so ein Nerd, ne. Ja, daran sieht man, wie ich das Spiel gefeiert habe damals. Ah, da unten war leider jetzt nichts mehr drin. Von daher, naja. Aber wie schön, dass es jetzt gerade Musik gibt. Oh, ja, komm, weil es so schön ist. Nasse Lara, die wollen wir doch alle sehen. Wet T-Shirt Contest. So. Ah, das gefällt mir gerade richtig. Oh, Lara, los. Oh, jetzt müssen wir da ruhe springen. Ja, auch das schafft sie. Wunderbar. So, rechts herum. D-D-Dum. Ah, ich glaube, hier wird keiner kommen, oder? Ne. Aber da müssen wir auch rüber. Oh, ob wir das schaffen. Ah, Fledermäuse. Ich habe sie gehört. Ekelig, wo seid ihr? Ah. Ihr Lappen. Ah, gerade wo ich sagte, hier wird bestimmt keiner kommen, ne? Ach, guck mal. Ach, nee, das ist die Treppe. Ich habe es für den ersten Öferkasten gehalten. Ich habe mich schon bewundert. Hä, die gab es denn die? Kledermaus. Du ekliges Ding. Ungezieher. Weg mit dir. So, mit der Musik kann das das ganze Spiel lang gehen. Dann wäre ich happy. Oh, ein Hebel. Ziehen wir den mal. Was wird passieren? Oh. Ob du richtig stehst oder nicht, das verrät dir das Licht. Hintertor 1, 2 oder Nummer 3. Oh, 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 oh. Ich habe schon gedacht, ich werde jetzt sterben. Oh, Pumka-Munition. Das heißt, die nette Schrotflitte, die dürfte auch nicht weit sein. Aber guckt mal, hier haben wir auch überall Totenköpfe. Ah, guck mal, da hoch kommen wir noch nicht. Lass uns erstmal einmal umgucken. Nicht, dass wir hier irgendwo irgend so eine Schandtat begehen, die wir hinterher bereuen und einfach hier runterspringen. So. Ah, noch Medi. Ja, Guti, das können wir doch gut gebrauchen. Gib mir das. Dankeschön. Zack. Unten rechts wird es nochmal eingeblendet. Ah, hier rechts haben wir leider nichts. Okay. Und immer wieder vorsichtig hier runter, natürlich, ne. So, da stehen wir auch schon bei der richtigen Tür. Und einmal weiter geht es hier hinten. Hallo? Ne, ich glaube, da ist keiner da. Haben wir hier unten denn was? Ne. Aber ich möchte die Lara noch einmal feucht machen. So richtig feucht möchte ich sie machen. Das gefällt euch doch auch, ne? Ihr seid doch auch so Nerds. Oh nein. Oh. Oh nein. Ach, jetzt habe ich verkackt. Ach, so ein Scheißdreck auch. Och, ey. Wie sie auch nur einfach so flatsch dagegen springen. Schauen wir das denn so. Ich probiere das einfach. So. Ah, ja. Gut, das geht auch klar. Alles klar. So. Und ich habe es euch gegenüber jetzt noch gar nicht erwähnt. Ähm, falls ihr es jetzt noch nicht bemerkt habt, ich werde mich jetzt auch mal meines Namens zuguten, sozusagen, ähm, voll und ganz auf Retro-Titel erstmal konzentrieren und den anderen bei uns auch den Vortritt lassen für etwas modernere Sachen, äh, beziehungsweise auch für Neuerscheinungen ähnliches. Ich werde auch mal hin und wieder was Neues spielen, keine Frage, aber im Moment läuft er zu, oh scheiße, da sind wir nicht zu weit gesprungen. Äh, im Moment läuft er zum Beispiel auch, was ja ganz, ganz, ganz aktuell ist. Von, ach scheiße. Ach Mist. Ähm, was ich sagen wollte, im Moment läuft er, ähm, Mittelerde. Äh, Mordor, Mordor Schatten. Shadow of Mordor, Mordor Schatten und so rum. So, Medikit muss man einmal schnell nehmen. Nicht, dass uns hier die gute Lara noch verrecken wird. So, also, Versuch Nummer 2 jetzt hier hoch. Na, eigentlich ist es Nummer 3. So, komm. Das hat doch gut hingehauen. Können wir vielleicht auch hier links direkt lang? Der dürfte eigentlich auch gehen, wenn wir uns weilen. Oh. Oh je. Aber es hat geklappt. Das ist doch die Hauptsache. So. Brauchen wir gar nicht den langen Weg da außen rum nehmen. Ist ja, ist ja cool. Wieso bin ich ja gerade nicht drauf gekommen? Wipps. So, noch einmal hier hoch. Und dann haben wir es auch schon. Oh, Fledermaus. Geh drauf, du Drecksteil. Ich mag kein Ungeziefer. So, hier wird bestimmt auch noch eine kommen. Oder zwei. Ist hier hinten was in der Ecke? In so Spielen muss man wirklich immer jede Ecke absuchen. Man weiß ja nie, was man finden wird. So. Haben wir jetzt hier irgendwas? Ja, hier haben wir den nächsten Schalter. Und dann wird sich wahrscheinlich Tor Nummer 3 öffnen. Böhm. So. Wunderbar, wunderbar. Weiter. Ah, nein. Da haben wir den Speicherkristall verpasst. Und sind auch direkt in den Tod gestürzt. Bin ich ein Held? Ach, ich bin so ein Held. Ich muss vorsichtiger machen. Ach, das gibt's doch nicht. Wie peinlich. Jetzt hören wir den ganzen Kram hier nochmal machen. Ja, dann Attacke. Nur wegen so einem blöden Fehler. Och je. Na ja, uns setzt ja keiner, ne? Also los. Nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Oder in Laras Fall Brüste raus. Sonst geht dir die Munition aus. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier, worauf ich hinaus wollte. Wunderbar, Lara, du bist eine Heldin. Oh, da sind die Pfeile wieder. Oh, nein. Oh, da haben sie uns aber mächtiger. Oh, jetzt kommen die Wölfe wieder, ne? Oh, Wolf. Oh, komm schon. So, Wolf Nummer 2. Fehlen nur noch 300. So, komm. Hier links, hier links, hier links, komm schon. Eins. Rückwärtsalto. Lara, los. Und alle, alle fünf wieder erledigt. Sehr gut. Bin ich froh. Brauchen wir mir die? Ja, so langsam brauchen wir mir die. Ich nehme eins. Wir werden ja hier noch ein paar finden. Das wissen wir ja schon. So. Aber hier unten war ja keins mehr, ne? Ich vergesse, sowas vergesse ich immer voll schnell. Ich weiß auch nicht. Da bin ich immer voll vergesslich in so Spielen. Vielleicht ist das ja auch ein Vorteil. Da kann man die Spiele auch öfters mal spielen. Oh, komm schon, Lara. Lara, 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 Lara. Einmal links den Bunkergang noch lang. Und hallo und herzlich willkommen. Wir werden jetzt hier noch einmal da hoch springen. In einem Schwimmbad. Und da kommt sie wieder. Nur deshalb bin ich natürlich gestorben, damit ihr noch einmal diese coole Musik hören könnt. Ich weiß. Es erinnert mich jetzt ganz offen. Es erinnert mich. Mein Gott. Ich erinnere mich nicht nur so ein bisschen an Tomb Raider. Jetzt habe ich es sogar schon verraten. Sondern es erinnert mich an Stargate. Ich war so ein großer Stargate-Fan. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass Stargate Universe, das war der letzte Rotz, das hat mir aber auch bisher jeder andere Stargate-Fan bestätigt, mit dem ich gesprochen habe. Aber ansonsten war ich echt ein großer Stargate-Fan. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe immer schön Mittwochs R2 angemacht. Oh, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. Mittwochs den Sender mit der 2 drin und den 3 Buchstaben angemacht. Und mit meinem Paar da einen schönen Viertel nach 8 der hier Stargate und Gib ihm, ne? War eine schöne Sache, war eine schöne Zeit. Das war, da sind wir auch wieder bei dem Retro-Thema. So. Also. Tür Nummer 1 haben wir aufgemacht. Und. Dann ging es hier raus. Jetzt machen wir hier vorsichtig, ne? Wir wollen ja hier keinem etwas tun. Hüps. Lustiger Sound. Oh, wie wir da gerade runtergefallen sind. Und das ärgerliche ist noch, seht ihr das Blaue da oben? Das ist ein Speicherkristall. Wir hätten da eigentlich nur links um die Ecke abbiegen müssen und hätten diesen ganzen Rotz hier nicht mehr machen müssen. Ich überschlag mich heute so ein bisschen mit meinen Wörtern. Vielleicht ist es auch nur so, wenn ich hier nebenbei ein bisschen Tomb Raider daddle, der sich dann richtig in den Redezwang, oder Rede, das heißt Redezwang, dass ich heiß laufe, sozusagen. So. Und damit können wir jetzt auch schon in Tor Nummer 2. Ich habe gesagt, ich mache vorsichtiger. Von daher aber einfach direkt runter springen, natürlich. So. Ach nee, da kam ja nichts, ne? Zack. Zack. Los, Lara. Lara, 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 Lara. Du wirst es schaffen. Und jetzt noch einmal hier hoch, was natürlich nicht klappt. Oh. Ja. Aber jetzt können wir hier hoch. Oh, auch nicht. Nein. Oh. Ich dachte schon, ich werde jetzt sterben. Aber hier wäre ja eh das Wasser gewesen. Von daher wäre das hier auch Wayne gewesen. So. Ja, dann versuch Nummer 2 mit, der guten Lara. Äh. Nein. Spring. Oh. Lara, mach mir doch nicht so ein Herz, Kasper. Oh nein. Ach, jetzt klappt es nicht mehr. Jetzt müssen wir den langen Weg nehmen. Ach, nö. Ach, nö. So, jetzt kommen aber. Heps. Ähm. So. Das heißt, einmal hier hoch jetzt. Das hätten wir. Dann drehen wir uns einmal. Und springen das nächste hoch. So. Und dann müssen wir da rüber, ne? Heps. Auch das hat gut geklappt. Wunderbar. Klappt doch alles hier. Guck mal, wie schön das hier aber auch aussieht. Und durch. Ach. Gut, Lara, gut. Das macht's. Oh, Fledermaus. Wo bist du? Ah. Wie sie manchmal voll den Remix macht mit den Knarren. Drrrr. Als ob sie auf einmal so einen richtig schnellen Torhochfinger hat. So. Fledermaus. Nein. Okay. Ich zieh den Nebel. So. Ja, und damit haben wir auch das dritte Tor geöffnet. Und ehe wir jetzt hier irgendwie runterspringen, gehen wir einmal links in den Speicherkristall. Aktivieren den. Und überschreiben unser Spiel. Damit wir jetzt, falls wir im Falle eines Falles hier wieder sterben werden, nicht den ganzen Schrott hier nochmal machen müssen. Sondern direkt da wieder anlegen können. Oh. Oh, das hat aber gut geklappt. Und ich bin mal gespannt, wann wir die Pumpgang kriegen. So. Hebs. Und jetzt noch einmal hier hinten runter. So. Seitwärts Salto. Und dann geht's da weiter. Ich zieh schon mal die Wum. Wer weiß, was passieren wird. Oh. Ach du Scheiße. Oh, das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken und fast in den Tod gerissen. So. Da brauchen wir Medi. Einmal nochmal kommen lassen. Oh. Und wieder fast sterben. Okay. So. Jetzt hätten wir es aber geschafft. Müssen wir noch einmal den Nebel ziehen. Samsa Ramsam und fallen in den Boden. Toll. It's a trap. Ist eine Falle. So, wie tauche ich denn jetzt wieder runter? Lara. 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 Wir müssen abtauchen. Lara abtauchen. Lara. Du musst runter. Ah. So. 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 Okay. Mit Viereck. Das hat irgendwie gerade nicht hingehauen. So. Und dann geht's da nicht hoch. Okay. Der Zapperlott. Wo geht's denn hier lang? Ach da. Okay. Hier wird doch noch was sein, oder? Aber dann muss ich erst einmal Luft schnappen. Oh, ein Bär. Oh, schnell weg hier. Nein, Bär. Ich mag dich nicht. Und was haben wir hier? Kein Bär. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das heißt, wir gehen hier lang. Was macht dann jetzt die Gesundheit? Das können wir jetzt gerade nicht so wirklich sehen. Das können wir jetzt gerade nicht so wirklich sehen. Doch, da. Hälfte voll. Okay, das sollte aber gehen. Ich möchte jetzt auch nicht jedes einzelne Mediket so. Mediket. Mediket. Weil. Das sind Katzen, die sich heilen. Mediket meine ich natürlich. Verschwinden. Aber ich glaube, wir werden trotzdem zum Bären kommen hier. Hört ihr ihn? Ich glaube, ich höre ihn. Ja, der ist unter uns. Der Drecksack, der ist unter uns und brüllt wie sonst irgendwas. So. Geht bestimmt unten was auf? Ja. Das ist so nicht gut, ne? Komm, Lara, mach einmal den Köpper. Oh, Bär! Der Bär greift an. Oh, hier steppt aber richtig ein Bär. Komm her. Wo bist du? Du Sack, du. Und tot ist er. Noch ein bisschen. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. So, zack, 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 zack. Reicht. Jetzt heilen wir uns aber mal. Und ich möchte zuerst hier noch einmal auf der Seite auch mitgucken. Weil da geht es auch hoch. Ob wir da nicht vielleicht noch irgendetwas finden? Irgendetwas. Ja, noch eine Luke. Und da hinten, ist das was oder ist das nur die Wand? Ne, das ist nur die... Oh, jetzt wird es aber eng hier. Lara. Hm. So. Hier scheint aber echt nichts mehr zu sein. Ich ziehe den Hebel hier nochmal. Ach. Jetzt halten die Drecksteile an. Ach, ja. Ach, ja, so ist das, ne? So, zack. Was haben wir denn hier? Haben wir den Schlüssel? Ja, den Schlüssel haben wir. Sehr gut. Zack. Glück. Yeah. Ja, wir haben das Level geschafft. Wie wunderschön ist das. Und das ist ein perfekter Abspann oder Schlusssatz quasi für diese Folge. Wir haben jetzt 37 Sachen gegen Tiere getötet. Und 11 Sachen gefunden und 0 von 3. Ja, das war nicht so gut. Aber wir haben knapp eine halbe Stunde für das Level gebraucht. Läuft doch. Wir speichern noch einmal das Spiel. So, ich sag schon mal in der Zwischenzeit Dankeschön fürs Zuschauen. Wir werden uns das nächste Mal bei Tomb Raider sehen. Von daher, haltet den Nacken steif und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Adieu.